Ich schaue mir die Kamera. Wir müssen reden mit dem Vordirektor und dem Präsidenten. Das ist ja ein Skandal. Wahnsinn, was da unsere Fans abreißen mittlerweile. Und dann kam alles anders. Hallo und willkommen zum Europa-League-2023-2024. West Ham United. West Ham United, cool. Endlich mal nach England ein Pflichtspiel dort zu machen. Spannend auch, sich mit einem Premier League-Top-Verein zu messen. Olympiakos. Klar, Pireos hatte man schon. Wenn wir zweimal unsere Leistung auf den Platz bringen, sind wir stärker. Ich finde es weltklasse. Das Stadion macht unheimlich viel Spaß. Athen ist eine coole Stadt. FKTSC Bacca Topola. Bacca Topola war die große Unbekannte. So ein bisschen wie Karabakh letztes Jahr. So, there we have it. The draw for the UEFA Europa League Group Stage is complete. Im Vergleich zum Vorjahr gefühlt ein bisschen schwieriger unter die ersten beiden zu kommen. Man muss sechsmal in der Gruppe eine Top-Leistung auf den Platz bringen. Natürlich mit dem Hintergedanke, dass wir uns da auf jeden Fall durchsetzen möchten. Aber ich bin nicht bewusst. Ich bin nicht gut. Aber ich bin ondo. Gleich geht's los mit dem ersten Europa-League-Spiel des SC Freiburg in dieser Saison. Die Vorfreude ist riesig, die Euro-League ist einfach eine andere Stimmung. Da sitzt die Familie vor der Glotze und feuert uns an. Es macht sehr, sehr viel Spaß und in dem Moment freut man sich dann einfach nur, wenn es dann endlich losgeht. Ja, es ist natürlich immer etwas Besonderes. Es ist nicht selbstverständlich, das mit Freiburg in der Europa League zu spielen. Vor ein paar Jahren oder als ich noch selbst in der Jugend war, war das nicht so wirklich greifbar oder nicht so wirklich vorstellbar. Aber dass man das so miterleben darf und auch geschafft hat, ist natürlich schon ein schönes Gefühl. Da sieht man nochmal die Kapitänsbinde, wo mir der Uwe dann richtet nochmal, weil die relativ lasch war. Oder meine Arme sind einfach zu spargelhaft. Eins von beiden. Ja, auch die Griechen gehen ordentlich drauf. Freiburg hat eben den 16er den Ball und verliert ihn. Riesenchance für Athen, frei vom Elferpunkte. Und das Tor wird verhindert, weil Matze Ginter auf der Linie geklärt. Der Ball ist noch heiß, der Ball ist noch heiß. Schuss und jetzt ist es geklärt. Ich wurde angeschossen. Ich wurde angeschossen. Nee, also das war so, gerade am Anfang hat Pirios sehr, sehr hoch gepresst. Da hatten wir ab und zu mal ein bisschen Probleme. Aber wir haben uns da reingeworfen und dann mit der ersten Aktion dann selber 1 zu 0 in Führung zu gehen, war natürlich sehr, sehr wichtig. Jetzt vielleicht der Überraschungspass. Schaller ist im 16er, könnte schießen. Tor für Freiburg, das gibt es ja nicht. 1 zu 0 für den SC. Ja, ich habe ein bisschen spekuliert, wenn der Innenverteidiger kurz zurück zum Torwart spielt. Ja, so passiert und ich sollte dieses Tor reinmachen. Der ist im 16er, im 1 gegen 1 vertendelt auf Tor und wird gefoult. Es gibt 11 Meter für Freiburg. Vincenzo Grifo, der Kapitän, wird gleich schießen und er wird geblendet von Laserpistolen aus dem Publikum. Ja, es hat schon ein bisschen gestört, aber es hat mich nicht aus der Ruhe gebracht, weil ich sehr fokussiert war, weil ich damit beschäftigt war, dass der Torwart so groß ist und in welche Ecke schieß ich. Aber wenn man sehr, sehr fokussiert ist, glaube ich, dann schüttet man oder blendet man alles an. Schießt und er trifft. 2 zu 1 für den SC. Vincenzo Grifo macht das Ding rein. Ich bin noch 2 zu 1 wieder in Führung gegangen und es war natürlich schon, ja, wo man auch im Stadion gemerkt hat, okay, die Freiburger sind wieder da. Ja, und Mili, der war in dem Spiel unser Joker. Tor mit der Flanke, Schalei, Maximilian, Philipp, Philipp schießt das Tor! Ich kann mich noch erinnern, ich bin da von der Bank aufgesprungen, also von meiner Couch und habe das einfach sehr genossen, weil ich habe gewusst, okay, das ist das erste Gruppenspiel, wenn du dort mit einem Sieg reinschaut, das vereinfacht dir natürlich die Gruppenphase, vor allem wenn du eigentlich gegen den direkten Konkurrenten um Platz 2 spielst. Der Schiedsrichter pfeift ab, das Spiel ist aus, Freiburg gewinnt 3 zu 2 in Piraeus in Athen bei Olympiakos Piraeus. War sehr, sehr schön und genau so startest du dann in die Gruppe. Ja, das ist ja ein Skandal. Das ist das Problem, wir müssen mit dem Vordirektor oder dem Präsidenten reden, weil das geht nicht in Zukunft. Warst du das vor dem Spiel? Ja, das glaube ich jetzt nicht. Sponi. Vielleicht war deswegen oft auswärts, ist immer manchmal so ein bisschen Hektik, weißt du? Da sind die Massagebänke belegt, da haben die Füße mit mehr zu tun und das erklärt natürlich einiges. Ich glaube, was das Sponi leistet, ist schon herausragend. Er fährt da durch die halbe Welt gefühlt. Von daher hat er es sich sehr, sehr verdient und mit einem Sieg schmeckt es dann natürlich besser, dieser Schlaf. Klar hat man hier auch ab und zu mal in der Bundesliga ein Flutlichtspiel, aber ja, da gibt es keine Hymne, da gibt es nicht die Europa-League-Banner. Andere Bälle, ja, gefühlt auch andere Energie im Stadion, einfach weil es nicht alltäglich ist. Schönen guten Abend, endlich Europa-League wieder und zu Gast West Ham United. Dem East End sind sie angereist hierher, die Hammers oder die Irons genannt. Kopfball und Tor! Tor von Lukas Paqueta. Scholler schießt und nach Schuss, auch wieder vorbei. Scholler schießt und Tor! Tor für Eke! Schon stark, aber ja, diesen Jubel habe ich noch gehört in den nächsten drei, vier Tagen, weil das war echt witzig. Und Helas Empfehler. Voruarie scalert voller nie mit dem F encourage. Genauso frei wieder. So, Ward por ihr Schüßtler jetzt mit der Ecke. Spiele den Ball auf den zweite F nelse. yourself tol! Herr Courtney! 27%. Agea aus dem Nichts! Ja, 1 zu 2 aus Sicht des SC Freiburg Ja, also gefühlt haben wir mit das schlechteste Spiel gemacht in der Gruppe. Gefühlt war mehr drin, aber wir haben nicht so wirklich die Leistung auf den Platz gebracht. Ehrlicherweise auch sehr ernüchternd, dass wir da gerade vor Publikum, gerade zuhause, nicht mehr draus gemacht haben. Ich bin im Bus oder im Flieger immer sehr, sehr entspannt. Ich schaue entweder Serie oder Spiele. Ich höre Musik, Bild am Laptop, Fußballmanager zum Beispiel. Musik und natürlich schreibt man dann vielleicht das ein oder andere Mal, wenn man eine Stunde fährt, dann noch mit der Frau, ob bei den Kindern alles okay ist. Wir haben Gott sei Dank dieses Jahr eine herausragende Wizard-Gruppe, ein super Karten-Spiel. Ich weiß nicht, ob das alle kennen, aber da bin ich dem Flo Müller sehr dankbar, dass er das mit in diese Mannschaft reingebracht hat. Also Maxi und Luki sind sicher die schlechtesten Kartenspieler und ja, wie gesagt Flo Müller, Muki, Jamal, Musliah und ich sind sicher die mit Abstand Besten. Es gibt ja viele, die dann vielleicht auch noch ein paar Videos anschauen, die einen motivieren. Ja, Sponsport habe ich auch früher geguckt, aber die Zeit ist vorbei. Da muss ich mal Noah Weishaupt fragen, ob er noch up-to-date ist. Ich glaube, dann ist dort auf einmal ein kleines Prunkstück am Stadion gestanden, mitten im Nirgendwo mit 4.000 Leuten. Einfach ein bisschen kleiner das Ganze gestaltet, aber es war sehr, sehr schön und ich glaube, ich habe da eine tolle Erinnerung. Und jetzt gibt es diesen Elfmeter für Freiburg, für Vincenzo Grifo. Komm Junge, mach das Ding rein, es steht 1 zu 1. Tor für Freiburg. Kommt der Ball direkt mit der Trio, Tor, Tor, Tor für Freiburg, was für ein Freistoß. Tor an der Grundlinie rechts außen, bringt den Ball rein, bringt den Ball rein, Grifo schießt, Tor für Freiburg. Vincenzo Grifo, ein Headtrick, da macht der Italiener heute aber hier. Ja, mein erster Headtrick in der Euroleague. Schöne Tore, natürlich Elfmeter, ein Freistoß und nochmal eins, wo ich dann Abstaub oder beziehungsweise ein bisschen Glück hatte. Das Spiel ist aus, Freiburg gewinnt auswärts bei Bacca Topola, 3 zu 1. Natürlich, die Mannschaft steht da immer im Vordergrund und ohne die Mannschaft kriegt man das nicht hin. Aber man muss schon sagen, ein Headtrick als Kapitän in der Euroleague ist dann schon herausragend. Und ich habe natürlich den Ball unterschreiben lassen, der kommt dann irgendwann mal in meine Vitrine. Einen wunderschönen guten Abend hier aus Freiburg. Der Gegner ist Bacca Topola aus Serbien. Erstens wieder zu Hause, vor uns und Fans. Da wollten wir uns natürlich besser machen als gegen West Ham. Und sonst so ein Spiel, das wir einseitig bestreiten konnten. Halbhohr und Röhl mit dem 1 zu 0. Ich glaube, Merlin ist ein erstes Profitor für uns. Und da haben wir uns alle richtig gefreut. Eggestein! Tor! Tor! Tor für Freiburg! Maximilian Eggestein! Hier nochmal eine Aktion von Noah Weishaupt, der sich da durchsetzt. Noch mal zurückgelegt von Weishaupt, der setzt sich weiter durch, schießt! Tor! 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 Weishaupt macht das Ding! Eggestein legt da quer auf Adam Muth, er kann abschließen! Jaaa! Ich glaube Junior, aber wenn es einer kann, dann er. Also ich glaube, besser tanzen wie er kann, glaube ich keiner. Ja, ich habe ihn schon mehrmals gesagt. Sollten wir gemeinsam auf dem Platz stehen und der eine dem anderen ein Tor vorlegen, dann gibt es von mir hundertprozentig auch den Greedy. Zu Doren ist Nummer absicht! Zehner Doren mit dem Tor! Regaliert er nur, den Ball haben wollte. Den sollte er eigentlich hundertprozentig querlegen, aber er hat Glück gehabt in dem Fall, dass er reingeht. Und jetzt ist das Spiel aus! Geste Freiburg gewinnt 5 zu 0 hier im Heimspiel und wir überwintern in Europa, liebe Freiburg-Fans. Das ist schon mal sicher und alles was jetzt kommt, das ist einfach ein Fluss obendrauf. Geil, wenn du dann natürlich nochmal mit deinen Fans da stehst und da dann feierst und dann die Lieder singst, die dann 90 Minuten lang laufen. Sehr, sehr stolz. Sehr, sehr stolz wirklich. Das sind so Bilder, da braucht man glaube ich gar nicht viel sagen, weil wenn man die Leute sieht, in die Augen schaut, was das ihnen bedeutet, dass man jetzt zusammen feiern kann, da braucht man wie gesagt nicht mehr wahnsinnig viele Worte dazu verwenden. Wir haben auch einen besonderen Fans, auch in der Bundesliga, aber glaube ich in ganz Europa. Die haben wieder gezeigt, wie stark sie sind. Ich hoffe, sie bleiben immer so. Das ist so einheitlich, alle stehen hinter dir, die Jungs auf dem Platz haben das Trikot an und ihr habt die gleiche Farbe wie der Nebenmann oder die Nebenfrau. Das ist natürlich schon so, ja, dieses Gemeinschaftliche, dieser Zusammenhalt, das verdeutlicht das auf jeden Fall nochmal. In so einem Fall, wenn man zu Hause so ein Schützenfest feiert, dann muss man auch mit den Fans gemeinsam feiern, weil das zeichnet uns aus. Und das zeigt, dass wir einfach eine Einheit sind. Ja, war natürlich ein schönes Gefühl auf jeden Fall zu überwintern, aber klar war natürlich, dass wir unbedingt in der Europa League bleiben wollten. Donnerstagabend, kurz nach halb sieben. Letztes Heimspiel der Gruppenphase für den SC Freiburg. Heute zu Gast Olympiakos Pereus. Gregoritsch macht auf jeden Fall heute sein Ding. Ich würde es ihm gönnen. Wäre wichtig für ihn persönlich auch mal wieder den Weg ins Tor zu finden. Das war eine Phase, wo ich zu dem Zeitpunkt der Saison noch kein Pflichtspieltor gemacht habe für unseren Verein, aus der Verletzung rausgekommen bin. Deswegen habe ich mich da sehr auf mich selbst fokussiert. Aber wie das Spiel dann ausgegangen ist oder wie das Spiel dann gelaufen ist, wissen wir Gott sei Dank mittlerweile alle. Gregoritsch! Tor! 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 Gregoritsch! Er macht das 1 zu 0! Und dann ist es ja oft so, wenn man einmal trifft als Stürmer, dann läuft es und so war es dann auch. Hat dann auch in der Bundesliga wichtige Tore gemacht und gerade in dem Spiel alle glücklich gemacht. Mit dem linken Fuß schippt ihn auf den Elferpunkt. Kommt Ball! Gregoritsch! Was ist denn hier los? 2 zu 0! Und wieder ist es Gregoritsch! Der berühmt-berüchtigte Ketchupflaschenprinzip. Es gibt einfach manche Tage, da ist der Fuß eingestellt oder auch sein Köpfchen. Makenko, Flanke ist gut! Die Flanke ist aber sowas von gut! Die kommt butterweich und dann ist es ein lupenreiner Hettrick! Ja, super. Ich muss ja selbst sagen, ich habe ja noch nie davon Hettrick gemacht in meiner Profikarriere, außer davor mal in der U21 für Österreich. Ich habe selbst nicht so richtig gewusst, wie ich ihn im Moment jubel. Ich bin aber eigentlich sehr, sehr stolz darauf, weil ich glaube, das war ein ordentlicher Jubel. Jetzt ist Gregoritsch schon wieder am Ball. Spitze, die haben wir vor auf Pöhler. Dann rechts rausgelegt auf Zedija, der könnte schießen! Tor! Kiel Zedija macht das Ding! Eine schöne Vorlage von Mr. Gregoritsch! Ja, super. Wie gesagt, es ist dann natürlich schön, wenn dann andere Spieler ihr erstes Profitour auch noch machen. Und für Kiel natürlich Weltklasse. Man sieht auch, wie sich alle immer freuen für die Mitspieler. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste dann in so einem Spiel. Gregoritsch, der Spieler des Spieltags, würde ich fast schon sagen, geht raus! Drei Tore, lupenreiner Hettrick, eine Vorlage. Was für ein Spiel? Ja, vor jedem Spiel denke ich mir, hoffentlich wechselt er mich irgendwann aus und gibt mir dann einen kleinen Kuss. Das hat mich natürlich gefreut, weil er gibt mir schon ein Vertrauen, das sehr, sehr wichtig ist für mich. Für jeden Stürmer einfach sehr wichtig ist. In dem Fall war es dann einfach schön. Rechts in der Kante, linke Seite, Spiel zurück, aber was für ein Ball! Tor! Tor für Freiburg! 5 zu 0! Also vorgezogenes Weihnachtsgeschenk ganz klar hier vom SC Freiburg an seine Fans. Ein Spiel, das man länger in Erinnerung haben wird. 5 zu 0! Einfach ein sehr, sehr gutes Spiel an den Tag gelegt und einfach auch gezeigt, wie reif wir sind. Wir haben sehr gute Spielzüge gehabt und haben dann wirklich mal gezeigt, zu was wir fähig sind. Ich war selber noch nie in London, es war mein erstes Mal. London total spannend, weil ich eigentlich jedes Jahr seit einigen Jahren in London bin, ein paar Tage. In London war super, das Stadion war sehr schön und die Gegner stark. Man sieht, da bin ich eigentlich wie so ein kleines Kind vom Weihnachtsbaum. Ich glaube, ich bin auf einem Golfplatz kurzzeitig. Wenn das Stadion nicht herum gewesen wäre, ich glaube, das ist ein Golfplatz. Nicht der beste, aber es ist okay. Das sind natürlich dumme Date-Jokes, die ich dann da immer wieder raushaue. Hallo, guten Abend und einen wunderschönen Abend aus London. Wir waren beim Fanmarsch. Unglaublich tolle Szenen, Momente dort erlebt, sind hier mit den 4.000 mitgereisten Fans ans Stadion gelaufen. Also den Fanmarsch hat man schon mitbekommen. Und wenn man dann die Bilder gesehen hat irgendwo im Netz, dann denkt man sich auch, ey, Wahnsinn, was da unsere Fans abreißen mittlerweile. Ich weiß noch 2015, als ich hierher kam, waren natürlich unsere Fans genauso gut, aber nicht in dieser Masse. Mittlerweile hat man das Gefühl, es sind einfach mehr geworden und einfach alles größer. Und auch die Fans, die uns dann supporten und auf den Auswärtsspielen, sind meistens jetzt die Blöcke alle komplett immer voll. Und das gibt uns Spielern dann auch natürlich eine Kraft. Ja, Wahnsinn. Ich muss ja sagen, dass der Nils aus dem Altersheim raus durfte für diese Reise. Da muss man auch dem Altersheim einen großen Dank aussprechen, dass sie so alten Menschen das auch ermöglichen, dass sie nochmal reisen können. Nils ist, glaube ich, da wirklich ein besonderer Fan gewesen von uns. Das sagt, glaube ich, auch einiges aus über ihn. Er war dann auch öfters mal, ist ja oft hier auch im Stadion, ist oft auch hier unten in der Kabine diese Saison gewesen. Und natürlich auch auswärts, dass er da auch dem Verein halt in die Daumen drückt. Wie gesagt, in dem Alter nochmal solche Reisestrabazen auf sich zu nehmen, ist natürlich für uns, vor allem für mich, weil ich noch mit ihm spielen durfte, was ganz Besonderes. Das Stadion steht. Jetzt mal alle 4.004 ihre Schalen empor und unterstützen jetzt ihre Mannschaft. Jetzt begeben sich die Teams aufs Feld. Es ist natürlich ein sehr, sehr schönes Gefühl, in so großen Stadien dann im SC einzulaufen. Am Ende gewinnen hier die Hausjörner. Es ist passiert, was passiert. Wir waren schwach in dem Spiel. Nach Niederlage, wir sind nicht froh. Wir sollten einfach weitergehen, weil danach wir noch wichtige Spiele im Europa League hatten. Guten Abend, meine Damen und Herren, für die UEFA Europa League Knockout-Round-Playoffs-Draw. RC Lens. Guter Gegner stark, weil sie in der Champions League waren. Sehr, sehr guter Gegner auf jeden Fall. Auch in der Champions-League-Gruppe knapp ausgeschieden, aber trotzdem vom Gefühl her, wenn wir zwei gute Spiele haben, können wir das schon schaffen. Wiederum hat man sehr, sehr viel gehört, einfach auch von vielen Jungs, die viel Fußball gucken, dass sie unglaublich gut sind. Ich habe mich einfach tierisch gefreut. Ich wusste null, wirklich absolut null, was mich erwartet und bin dann wahnsinnig überrascht worden von diesem Stadion. Es war eine unfassbare Stimmung, unglaublich, was dort für ein Stolz auch war auf den Verein und das kann man, glaube ich, vergleichen wie hier. Und das war auf jeden Fall eine Reise wert. Ich glaube, wir haben es dann dort auch wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht und hätten dort schon gewinnen können. Jetzt geht es gleich los. RC Lens gegen Freiburg. Es ist Eggestein, der auf Schala spielt, der spielt in die Mitte und Latte. Eine Riesenchance für Freiburg. Ja, es ist meine Situation. Es ist Latte geschossen, war knapp. Doppelpass gespielt, fünf Meter Entfernung, Schussmöglichkeit und dann ist es Keitel, der wieder stark leert. Aber Doran kann die Flanke bringen. Doran eins gegen eins, zieht Richtung Grundlinie, bringt die Flanke, Kopfballmöglichkeit, Roland Schala. Aber eineinhalb Meter links neben das Tor, da fasst er sich selber durchs Gesicht. Hier gespielt. Höhler müsste jetzt die Flanke bringen, bringt er die Flanke auf Markengo und Abwehr und Pfosten. Eggestein schießt an den Pfosten aus zwei Meter Entfernung. Flanke. Riesenparade von Arthur Bodum, das Ding ist drin. Kein Tor. Schiedsrichter pfeift. Ab, das Spiel ist aus. Und mit dem 0-0 ist für den FC alles drin. Und ja, zeigt hier eine wirklich sehr, sehr, sehr reife Leistung. Ja, beim Hilfspiel war ich ja leider verletzungsbedingt nicht dabei. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass es eigentlich das 0-0 zu wenig war. Aber ich glaube grundsätzlich, wenn uns vor dem Spiel jemand gesagt hätte 0-0, hätten wir es safe genommen. Aber klar, so aufgrund vom Spielverlauf glaube ich schon, dass es gefühlt einfach ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Michael, komm, 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 komm. Ja, das ist, glaube ich, einfach auch eine gewisse Art von mir, dass ich da vor allem beim Aufwärmen versuche, ein bisschen an Spaß und Lockerheit mit meinen Jungs zu haben. Gott sei Dank ist es hier auch erlaubt, dass wir vor allem Spaß haben. Wir sind immer zusammen. Wir machen viel Spaß. Für uns ist das auch richtig. Ich glaube, wenn man in solchen Momenten zu verbissen ist, dann ist das schlecht. Und deswegen ist dann mein Job vielleicht auch mal das eine oder andere Lächeln in die Truppe zu bringen. Das zeigt auch, wie witzig wir sind und wir wollen immer viel Spaß machen. Und ja, wir wissen dann im richtigen Moment immer, wann wir zurückschalten müssen. Ja, aber manchmal zu viel. Ja, und damit ein herzliches Sully und Bonjour heute zum Playoff-Rückspiel in der Europa League. Ja, Cory, unglaublich. Unsere Fans sind wirklich ein Wahnsinn. Die lassen sich immer etwas einfallen. Ja, was habe ich gesagt? Wir sind immer überragend. Wir haben gesehen im Hinspiel, dass Chancen da sind. Und deswegen hat es uns das gezeigt, dass wir das auch zu Hause schaffen können und dass wir da auch eine große Chance haben zu gewinnen. Und dann kam alles anders. Tja, 0 zu 2 die Führung der Gestor aus Long. Im Vergleich zum Hinspiel haben sie uns vorgemacht mit der Effizienz, dass sie da in der einen Halbzeit direkt zwei Tore gemacht haben. Und dann kam so ein gewisser Erdbeben. Wir wissen eigentlich in unserem Stadion, dass es beim 0-2 Rückstand ein Tor braucht, um das Stadion anzuzünden. Und genau so war es dann. Das ist der Tor. Der bringt die Flanke an, lange Pfosten. Da ist der Ball. Torschuss. Tor, Tor, Tor für Freiburg. Und damit steht es hier 2 zu 1. Normalerweise sollte ich dieses Spiel im Rückgang sein. Aber in der Situation habe ich gemerkt, 2 zu 0. Ich gehe rein. Kann sein. Ich schieße ein Tor und so passiert. Und in der Zeit des Spiels haben wir gemerkt, dass wir jetzt wieder da sind. Und wir haben eine Chance, 2 zu 2 zu machen. Bringt das Ding rein. Schicko Höfler. Und Ginter macht es irgendwie rein. Ginter zeigt ab. Am langen Eck. Er braucht ihn. Er steigt hoch. Er bringt ihn rein. Schalaj, Schalaj, Gregoric in der Mitte. Tor und abgewährt. Schalaj. Schuss. Tor, 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 Tor für Freiburg. Das gibt es doch nicht. 2 zu 2. Ausgleich in letzter Sekunde. Es ist natürlich schon Gänsehaut, in der letzten Minute noch den verdienten Ausgleich zu machen. Und ich glaube, ab da war uns bewusst, heute ist alles machbar. Ja, auch ein bisschen glückliches Tor, aber sieht man, wie ich wollte dieses Spiel hier gewinnen und noch ein Tor schießen. Verlängerung am Elferpunkt. Schalaj, Gregoric! Ja, Tor, Tor, Tor! Das 3 zu 2 für den Sportclub Freiburg. Ja, Wahnsinn. Hätte ich gesagt. Ich glaube, die Bilder sagen alles. Naja, pure Freude. Man nimmt es aber wahr. Man ist da mit seinen Leuten. Und ich die Wochen davor beim Kickbox-Training war, aber ich glaube, ich bin jetzt der zweite Conor McGregor und habe dann mit Mucki quasi einen eigenen Handschlag entwickelt, den wir seit damals jetzt durchziehen. Und es ist alt! Freiburg ist weiter! Was für eine Leistung von unserem SCF! Ich bin dann Gott sei Dank sehr, sehr nahe gestanden bei der Bank. Man sieht Flo Müller, Max Beckmann Junior. Man sieht, was ich da für Verhältnisse habe mit den Jungs und das war dann Wahnsinn. Ja, da auf die Menge hinzulaufen ist unfassbar. Außergewöhnlich wirklich. Also ich glaube, wie wir jetzt da alle feiern, das zeigt, wie gesagt, nochmal die Harmonie in dieser Mannschaft und die Atmosphäre. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön auch für die Leute, weil die erste K.O.-Runde gefühlt, die man seit sehr, sehr langem oder überhaupt, ich weiß gar nicht, überstanden hat. Und das war für die Leute was ganz Spezielles, was ganz Besonderes, glaube ich, wo man sich auch noch lange daran erinnern wird. Für solche Momente arbeitet man darauf hin, dass man so Momente erleben darf. Mir war es dann ein Bedürfnis, dass wir da ein Foto machen mit unseren Fans gemeinsam, weil auch das ist ein Schulterschluss, glaube ich. Einfach eine sehr, sehr coole Idee, die wir da umgesetzt haben. Und alle sind da dabei, alle vom Betreuerstab waren da dabei. Max Beckmann, ich glaube, immer wenn man gewinnt, lag er so da, absolut modelreif. Er wollte halt auch aufs Bild, er ist ja ein bisschen kleiner, wenn er da hinten in der zweiten Reihe steht, dann komm, leg dich hin. Kann sein für die nächste Saison, der ist der dritte Torwart. Ja, der ist ein super Typ und der hilft viel zu viel für die Mannschaft und er ist eine der wichtigsten Personen für den Klub und für unser Team. Ein Foto auch für die Ewigkeit und das ist, glaube ich, so eine Sache, das kann man sich ausdrucken und hängt es in den Louvre. Hallo und willkommen, meine Damen und Herren, zu der UEFA Europa League Round of 16, live aus dem Haus der Europäischen Fußball hier in Neon. West Ham United. Oh Gott, nicht schon wieder West Ham, irgendwie will man ja doch irgendwo anders noch hinreisen. Ja, wir haben uns zusammen die Auslösung angeschaut hier im Physioraum und eigentlich waren alle, brauchen wir nicht nochmal, also da waren alle einig. Je näher es kam, desto mehr haben wir uns gesagt, hey, wir haben noch eine Revanche offen und wir wollen zeigen, dass wir das gegen West Ham auch hinkriegen. Haben dann auch gewusst, dass wir das erste Spiel dann zu Hause spielen und ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Herzlich willkommen zu Flutlicht Fußball, West Ham United Football Club zum dritten. Ich habe gewusst, ob wir das erste Spiel zu Hause gewinnen können. Sehr, sehr aggressiv gewesen, sehr, sehr kompakt, sehr wenig zugelassen gegen die Qualität von West Ham. Schöner Ball zurück auf Scholeu, Scholeu zieht ab und dann steht es 1 zu 0. Und jetzt tobt das Stadion natürlich vollkommen zurecht, kam ein bisschen aus dem Nichts. Wenn ich clever bin, dann sage ich, pass. Dann haben alle gedacht, das ist ein super, super Pass von Roland und gut gesehen, ob Gregor steht bei Lange Pfosten. Der gute Stürmer muss dort sein. Und Gregor war dort und war, glaube ich, die einfachste Tore, die er geschossen hat in Seidenerland. Ja, ich bin ins Spiel gekommen, in der Box, im Strafraum meinen Platz gesucht. Ja, und dann fällt mir der Ball vor die Füße und man läuft der Stürmer dort hundertmal hin. Ich sage 85 Mal kommt der Ball nicht. 15 Mal kommt er in der ganzen Karriere, das war eins davon. Und ja, super Gefühl einfach auch. 1 zu 0, SC gegen West Ham. Perfekt. Packen wir's. Natürlich, Europa League ist immer was Besonderes, aber was immer schön war und auch immer erzählt wird, sind einfach die Aufstiege. So, und jetzt stehen wir an der Schranke hier. Und da werden wir jetzt, denke ich, so eine halbe Stunde warten, bis der nächste Zug fährt. Aber irgendwie kriegen wir's hin, ne? Das macht ja jeder andere Busfahrer auch. Quasi im Kanal, durch den Kanal. Auf geht's, wir melden uns aufs England wieder. Ach, links? Ah, danke für den Info. Ja. Okay, links natürlich. Was? Echt's, oder? Ja, endlich, ja. Kann man wirklich nur so sagen. Bis morgen, wieder Mannschaft. Ausgelaufen, topfit, jetzt geht's die Mannschaft holen. Endstate Business Park. Einer Felder. Innenverhältnisse sind angekommen, wir packen's. Tschau. Liebe Fußballfreunde aus dem Breisgau, ein herzliches Willkommen aus London. Wir haben uns da sehr, sehr viel ausgerechnet. Wir haben uns auch bereit gefühlt, gerade nach dem Hinspiel-Sieg dagegen zu halten. Ja, wir haben uns natürlich deutlich mehr erhofft, das ist eh klar. Wir haben uns deutlich mehr erwartet, auch vor allem nach dem Hinspiel. Wir haben uns gefreut, wieder in diesem Stadion zu spielen. Sehr großes Stadion, die Fans sehr hitzig in London. Mit ehrlichen Worten gesagt, dass wir da keinen guten Tag erwischt haben, dass West Ham einfach deutlich besser war an diesem Tag und unsere Reise dann leider zu Ende war. Schade, aber an sich in diese Situation zu kommen und dort zu spielen, um den Aufstieg und eigentlich eine riesige Chance zu haben, ist beeindruckend. Man hat aber gesehen, dass West Ham natürlich keine Nudeltruppe ist, wie man in Österreich sagt. Und deswegen, ja, wir sind mit erhobenem Haupt ausgeschieden. Aber, wie du siehst, die Fans stehen immer hinter uns. Und wir sind eine Familie und in schlechter Zeit und auch in guter Zeit. Tja, ich habe es schon ein, zwei Mal gesagt. Es ist jetzt nicht so irgendwie gefühlt ein zusammengekaufter Haufen, wie es oft auch in Europa ist. Sondern wir haben ja auch so ein bisschen die Philosophie, auch auf eigene junge Spieler zu setzen. Das ist natürlich schon was Besonderes. Und ich glaube, so geht es auch den Fans, wenn die jahrelang dreisam Stadion auch in der zweiten Liga schon auf der Tribüne saßen, bei Wind und Regen und keine Ahnung was. Und dann halt solche Spiele erleben wie gegen Lorz oder das Heimelspiel gegen West Ham. Dann ist das einfach was Besonderes.